Das Gasthus Linde sind erfreulicherweise so viele Junge. Wir haben ganz einfache Gerichte. Es hat immer etwas. Wir haben nicht so eine Alucard-Kuchen. Es hat einfach immer etwas, auch normalen Tag ein Menü. Kalte Plättchen, Wurst und Pommes frites und halt so. Wir haben die Linde auch täglich geöffnet, auf 365 Tage, morgen bis abends. Und von daher müssen die Leute nicht gross studieren, kann man zukehren oder nicht. Es ist immer offen.